Mein Name ist Penelope Kaufmann aus West-Berlin. Fahren Sie direkt zu Ihren Verwandten? Nein, ich schaue mir noch ein paar Sehenswürdigkeiten an. Guten Aufenthalt in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Das funktioniert doch nicht. Aber er lebt in seiner riesigen Mauer, hinter Stacheldraht und Selbstschussanlagen. Willst du jetzt machen? Willst du jetzt jeden Tag an der Grenze warten? Was soll ich machen? Wow, verstanden. Sie werden Ihren Käpt'n nie wiedersehen. Nein! Das ist doch keine Spielerei! Wir bleiben hier einfach so liegen. Für immer. Und in 100 Jahren finden Sie unsere Skelette ineinander verschlägt. Und in 1000 Jahren schweben wir hier so rum. Dann mal zu dir rüber gehen.